Wenn du in den nächsten 4,56 Sekunden das Video legst und dem Kanal abbonierst, bist du ein Ehrenmann. Wie viel Geld habe ich hier? 600, das ist gut. Dann gibt es hier einen Dropper. Achso, das sind diese Gepäck. Ah, okay, ich verstehe. Dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Geld dadurch. Geld, okay. 400 habe ich. Alter Junge, der hier kostet einfach 20.000 direkt. Frontwall. Okay, nochmal 300, 750 können wir hier gleich machen. So. Hier, das machen wir. Was ist jetzt passiert? Ich habe nicht gelesen. Scheiße. Egal, gucken wir. Hier ist so ein blaues Band jetzt. Scheinbar. Okay. Vielleicht gibt es nochmal extra Geld. So. Dann ein K haben wir. Upgrader. Und jetzt kommt da... Ne. Das war ja auch einfach für mehr Geld. Deutsch, danke. Äh, so. Dann... Glasswall. Walldropper. Increase Convayerspeed. Dropper, dropper. Glasswall. Dropper. Frontwall. Eigentlich wäre die Frontwall schon wichtig. Oha. Okay. Ja, die sieht geil aus. Ja, doch. Und was ist hier? Airport. Ach, hier sind dann die Landebahn und so, oder was? Okay. Ähm. Was können wir denn noch kaufen? 900? Gar nix, ne? Ne, schade. 1700 Parking Road. Ah, ja. Okay. Benches. Also Bänke. So, warte mal. 1,7. Hm. Ja, erstmal noch ein Dropper wird... Ja, gut. Hat richtig gemacht. Dann hier Glasswall. Das können wir gleich auch machen. Ach so, ja. In der Tür. Macht auch Sinn. Der Junge, der ist dauernd ganz schön lange, bis hier mal irgendwie ein bisschen vorangeht. So, Leute. War kurz was trinken holen. Habt 5000. Nice. Äh, das ist trotzdem echt wenig. Na gut. Okay, wir müssen das sinnvoll nutzen. Was bauen wir? Ja. Das ist halt für mehr Geld wichtig, aber ich baue die Glasswall, die Tür und Bänke. Alter. Okay. 177 noch. Nice. Na, jetzt ist hier auch noch so ein... Ja, okay. Und hier kommt man dann... Hier kommt dann wahrscheinlich so ein Weg noch hin oder so. Oder nee. Wenn das... Warte, ist das der... Das ist der Eingang? Und da ist das Flugfeld trotzdem? Hä? Ich verstehe es nicht. Egal. Äh, Backwall. Ja, bitte. Äh, ah, okay. Jetzt. Alter, Aloha Airport. Hä? Aber hier oben steht, dass ich im Blue Sand Airport bin, nicht im Aloha Airport. Das wäre anders. Naja, egal. Vielleicht ist es bei jedem so. Äh, Roof. Ah, ein Roof gibt es auch. Also ein Dach. Ja, macht auch Sinn. Äh, 3K. Hier hinten die Glasswall können wir noch machen. Dann ist es einmal rundum zu. Ja, genau. Und dann können wir auch gleich mal schon mal was draußen machen. Naja. Noch mal Bänke hier. Können wir hier auch hinstellen. Ach, guck mal. Hier ist sogar jetzt schon Floor. Boy, Floor. So, Leute. Jetzt haben wir auch Bildschirme zum Anzeigen, wann wo ein Flugzeug hinfliegt. Auch wenn wir noch nicht mal eine Bahn haben oder sowas. Naja, ist auch egal. Wir sind hier so Blocks. Blocks, Docks. Da ja. Und der zum Turtle Beach wurde delayed. Alles klar. Okay. Dann holen wir hier noch mal Geld. 4K. Gehen wir mal raus. Äh, Tür. Danke. So. Airport. Ja, komm. Zack, zack, zack. Oha. Ja, okay. Doch. Das verändert schon was. Hier ist Entrance. Heißt Eingang. Dann... Ach, jetzt steht hier auch Blues und Airport. Hier steht nur Alois. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber egal. Äh, Geld. Bitte. Dann brauche ich hier für 4000 Dien gleich. Damit wir mehr Geld kriegen. Den vielleicht auch noch. Kann ich für 3000 noch irgendwas kaufen? Ah, ja. Hier vorne ist ja jetzt auch noch was. Sidewalk und Extend Parking Road. Okay. Aber ich glaube, es gibt mir nicht mehr Geld, wenn hier jetzt noch so... Das ist wahrscheinlich aber nicht echt egal. Ja, okay. Genau. Jetzt ist hier noch so eine kleine Nebenbahn. So eine Art Fußweg. Äh, ja. Ah, warum kommt hier jetzt ein Hafen hin? What the fuck? Für 100.000 Hafen? What? Noch mal ein Zeit. Okay, Digga. Alles klar. Okay. Das ist sehr... sehr teuer. Oh, aber wieder 2500. Ja, das ist immer ein bisschen wenig. Aber egal. Was kann man hier machen? 25 Euro. Robux-50.000. Ja, das geht ja noch. Da wird man wenigstens nicht komplett abgezogen. So. Bam. Increased. Jetzt ist es noch schneller wahrscheinlich. Jetzt gibt es schneller Geld. Das wäre auf jeden Fall nett. Und dann baue ich den Dropper noch hier. Und das Dach wäre auch sinnvoll, glaube ich. So, Leute. Ich habe ein Dach gebaut. Hier drin ist alles ein bisschen weiter. Hier ist so eine Art Brunnen. Soll ich hier irgendwie hin, glaube ich. Äh, wir haben nochmal 1400. Dann, ja, hier kommen jetzt halt noch so Dropper weiterhin. Also für mehr Geld. Hier hinten. Genau. Da hinten kommt der Floor hin. Aber ich würde erstmal nochmal kurz in die Richtung ein bisschen gehen. Okay, komm. Gehen wir nochmal da hin. Das? Wie teuer war das? Alter, 7.000. Okay. Äh, mache ich wahrscheinlich gleich noch. Dann baue ich hier noch den. Weiter. Road. Alles klar. Junge, wie soll man denn so viel Geld zusammenkriegen, Alter? Ich würde sagen, zur nächsten Folge werde ich auf jeden Fall die hier mal alle fertig machen. Dass wir mehr Geld kriegen und dann schneller weiterbauen können. Äh, genau. Dann müssen wir gucken. Äh, ja, jetzt kann ich halt nicht mehr viel machen. Gleich kann ich den für 7.000 noch kaufen. So, gönn mal ein bisschen. Ich glaube, es waren 7.600 oder so. So. Gönn. Gönn. 7,8. Ja, das reicht. Okay. Okay, gucken wir hin. Ja, 7.500. Parking Lot ist auch nochmal weiterer Parkplatz. Ja, genau. Weiterer Parkplatz. Und dann gibt es hier Decorations und Autos. Äh, und wo kommt denn der, also wo kommt das, die Landebahn und so hin? Hier hinten dann? Ja, er macht Sinn, ne? Wenn da der Eingang ist. Ach so. Viel Platz ist hier hinten jetzt auch nicht. Also. Naja, gut. Vielleicht erweitert sich das ja auch noch. Dann müssen wir mal sehen. Was ist das? Möchtest du? Plus 5 Speed? Nein, Digger. Was für Speed? Warum soll ich mir Speed holen? Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal mit einer Folge. Airport Tycoon. Wenn du es auf mehr habt, das ist ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.